Farm Pass Season 19 ist da und ich habe für euch heute alle Änderungen zum vorherigen Farm Pass parat. Was hat sich verändert? Gibt es mehr XP? Gibt es weniger XP? Und was hat sich genau verändert? Das zeige ich euch heute hier in dem Video. Erstmal gehen wir alle einzelnen Änderungen durch und dann danach sage ich euch, was hat sich genau verändert. Also gibt es jetzt weniger XP? Was ist da von weg? Was ist hier von weg? Oder was ist neu? Da gibt es nämlich ein paar Sachen, die neu da sind und manche die weg sind. Aber das gucken wir uns jetzt einzeln an. Ja, ich habe hier schon ein bisschen gespielt und einzelne Änderungen sind auf jeden Fall schon vorhanden. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal hier den Farm Pass durch und wie gesagt, danach gucken wir uns die gesamten Änderungen an. Die erste Änderung haben wir bei 20 oben. Da gibt es ja jetzt den 5x Flaggenzaun zum 10. Geburtstag. Da war vorher der 5x Holzstammig, also der Konfusionswicht, der so hässlich ist. Da fahren wir jetzt die Geburtstagsdeko, was ich sehr nice finde. 30 oben haben wir jetzt Glücksraddrehen. Da war vorher eine Gemeinschaftsbitte. 45 oben haben wir Lkw-Hilfe, da war vorher 5x Landdokun. Und 45 unten haben wir jetzt 2 Landdokun, da war vorher einmal Klopapier. Dann kommen wir zu 75 oben. Da ist jetzt Gemeinschaftsbitte, da war vorher ein Puzzleteil. 75 unten Schiffschub, da war vorher auch dieser Holzstammweg, der 5x der hässliche Weg. Die nächste Änderung ist bei 120 oben. Wir machen einen großen Sprung hier. Haben wir jetzt hier mehr Produktionsplätze. Da war vorher Glücksraddrehen. Das ist ja jetzt weiter vorne zu finden. Dann 140 oben, 5x Markierungsfehle. Da war vorher Lkw-Hilfe. Die nächste Änderung bei 180 oben. Ein Puzzleteil haben wir jetzt. Da war vorher mehr Produktionsplätze. Mit Zuckerrohr, Popcorn, also Zuckermaschine, Popcorn-Topf und Tortenofen. 180 unten haben wir jetzt die exklusive Hutdekoration. Die erste spezielle Hutdekoration, die im kostenlosen Weg zu finden ist. Also sehr, sehr gute Aktion, finde ich. Da war vorher zweimal Holzhammer. Also eine sehr starke Verbesserung, was das angeht. Und das erste Mal, der erste Farmpass, wo wir zwei spezielle Hutdekorationen haben. Und wir kommen auch schon direkt zur nächsten. Wir haben hier sogar beide auf dem Bild. Da hatten wir vorher eine andere Hutdekoration. Das war das Bommelschiffshut. Den Namen, den ich schon nicht aussprechen konnte. Und jetzt haben wir den Ballon-Hühnerhut. Sehr cool. Also ich finde den Hühnerhut besser als die andere. Aber das ist auf jeden Fall schon mal nice. Bei 225 unten haben wir einen Tomschub. Da war vorher Stadthilfe. Die nächste Änderung bei 275 unten haben wir jetzt Stadthilfe. Da war vorher Tomschub. Also diese beiden haben untereinander getauscht. Und die nächste Änderung bei 300 oben hatten wir vorher eine andere anpassbare Dekoration. Da war vorher die Gärtnerdekoration. Jetzt haben wir die Steinmetz-Deko. Dazu habe ich auch ein Video gemacht zu den anpassbaren Dekorationen. Das blende ich mal hier oben jetzt irgendwo ein. Und die nächste Änderung, machen wir einen großen Sprung, ist bei 475 oben. Schifffilfe. Da war vorher mehr Produktionsplätze. Zuckermaschine, Popcorn-Topf und Tortenofen. Ist ja jetzt weiter vorne zu finden. Und 475 unten. Zwei Holzhammer. Da hatten wir vorher zwei Landdokon. 525 oben haben wir jetzt den Ballon. Da hatten wir vorher eine andere Deko. Das rustikale Vogelhäuschen. Und 550 oben haben wir jetzt diese Produktionsmaschine, die ja weiter vorne zu finden war. Und da war vorher Schifffilfe. Dann 575 oben und unten jeweils andere Dekoration. Oben war das Papierschiff. Die Papierschiff-Pfütze. Also mit den Hühnern das. Und unten war der rustikaler Schlauch. Jetzt bei 600 oben haben wir mehr XP. Also ich habe jetzt 970.000 XP und vorher hatte ich 960.000 XP. Aber das ist nur aufgrund dessen, weil ich ja jetzt höher im Level bin. Also das ist gleich geblieben, aber ich bin jetzt einfach höher im Level. Ja kommen wir zu den gesamten Änderungen vom Farmpass. Also es war viel Getausche mit den einzelnen Perks bzw. Boost untereinander. Da hat sich nicht viel geändert. Einfach nur das eine gibt es früher, das andere gibt es später. Dann haben wir, was ich gerade schon angemerkt habe, 10.000 XP mehr. Das ist aber nur aufgrund dessen, wie ich gerade schon gesagt habe, dass ich 2 Level aufgestiegen bin. Das heißt es gibt keine Veränderung bei den Geldbelohnungen. Und es gibt keine Veränderung bei den XP-Belohnungen. Das ist ja schon mal gut. Des Weiteren gibt es noch andere Dekorationen. Die gibt es in jedem Farmpass. Und jetzt kommen 2 Änderungen, die ein bisschen gravierender sind. Aber es gibt 5 Landdurkunden und 5 Markierungsfehle weniger. Ist jetzt nicht so gravierend, aber die gibt es halt weniger. Also die gibt es gar nicht. Dafür haben wir eine weitere spezielle Hutdekoration. Ich weiß nicht, ob das ein guter Tausch ist, aber auf jeden Fall gibt es 5 Landdurkunden und 5 Markierungsfehle weniger. Ansonsten haben wir noch, in diesem Farmpass gibt es einen Schiffschub mehr. Dafür haben wir aber ein Klopapier, beziehungsweise eine Landerweiterungserlaubnis weniger. Nur noch 3 statt 4 wie vorher. Ob das ein guter Tausch ist oder ein schlechter Tausch, weiß ich nicht. Aber das muss jeder für sich selbst wissen. Ich finde es gut, weil Klopapier mag ich überhaupt nicht. Schiffschub hilft mir schon mehr. Das sind alle Änderungen von Farmpass Season 19 zu Season 18. Schreibt mal gerne eure Meinung in die Kommentare. Und wenn ihr euch den Farmpass gönnt, denkt auf jeden Fall an den Creator Code zur Roma B. Würde mich sehr unterstützen und auch sehr freuen, wenn ihr den eingeben würdet. Kostet euch gar nichts. Und alle 7 Tage einfach neu eingeben. Farmpass Season 19 zum 10. Geburtstag von Hayday. Danke fürs Zusehen. Wenn euch das gefallen und ihr nichts davon verpassen wollt, in Zukunft, dann lasst gerne einen Daumen nach oben. Abo, da würde mich sehr freuen. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag. Haut rein und ciao.